Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir heißen Sie heute willkommen zur größten und spektakulärsten Show in der Geschichte der Unterhaltung. Wir bitten um Applaus für die fabelhafte Feebles Varieté-Show. Meet the Feebles, meet the Feebles, we're not your average, ordinary people. Meet the Feebles, meet the Feebles. Animal acts and other attractions. So let's go to the pussy, we shall give you some action. A ketosis and more than this, a hippopotamus. Unconditionally guaranteed to send you when you meet the Feebles. Meet the Feebles, meet the Feebles, we're not your average, ordinary people. Meet the Feebles, meet the Feebles. Und nun, hier ist Perry. Yippie, ha ha, ha ha. Hallo Leute, hallo Leute, willkommen zur Feebles Varieté-Show. Oh Mann, was haben wir heute für ein tolles Programm für euch. Aber vorerst, bitte ich um herzlichen Applaus für die von uns über alles geliebte Venus. Für diese prachtvolle Lady von Nil, Heidi. Hi, Heidi, hi. I love you all. Not as pretty as me, but then I'm the star. I put on my rouge. My talents are huge. We've got a show that's just a lie, but now it's time. Don't you meet the Feebles, meet the Feebles. We're not your average, ordinary people. Mit der Feebles, mit der Feebles. Okay, du fette Fregatte, schaff deinen Arsch weg. Wie kannst du es warten, so geht mir zu reden. Du abscheuliche, gehässige kleine Ratte. Schnauze, ich habe Creme mit Mandelentzündung gehört, die besser singen können. Ich werde solche Beleidigungen nicht mehr dulden. Ich bin eine Künstlerin und ich verlange Respekt. Deine Künstlerin? Soll das ein Witz sein? So eine Frechheit. Es reicht mir. Ich gehe direkt zu Blitz. Ja, geh zu ihm, Schätzchen. Was zum Teufel ist da drüben los? Heidi, wo gehst du jetzt hin? Trevor, du hast sie doch nicht wieder beleidigt. Du weißt, was passiert, wenn sie wütend will. Der alte Fettkloß hat es schon viel zu lange zu gut gehabt. Ob es ihr gefällt oder nicht, Trevor, sie ist der Star dieser Show. Es gibt einfach keine Feebles ohne Heidi. Heidi, reißt euch endlich ein bisschen zusammen. In weniger als zwölf Stunden beginnt die Live-Übertragung. Gott behüte, dass jemand euch auf die dringende Notwendigkeit dieser Proben aufmerksam macht. Aber um Himmels Willen tut wenigstens was. Hatten Sie eine schöne Probe, Miss Heidi? Ich bin kurz davor, meine Ladung abzufeuern. Oh, Heidi, du bist es. Es tut mir leid, dass du warten musstest, aber ich wollte nur was Wichtiges zu Ende machen. Trevor hat mich wieder beleidigt. Was? Dieser unverschämte Frechdachs von einem Nager? Dem werde ich mir vornehmen und ihm ins Gewissen reden. Wenn er das nochmal wagt, trete ich nicht auf. Bleib ruhig, Heidi, du darfst dich doch nicht aufregen. Wie gehe ich etwa Poffer? Das bildest du dir nur ein, mein Schatz. Also, ich finde, du musst dich jetzt ausruhen für deinen Auftritt heute Abend. Komm später in meine Garderobe. Ja, wenn es sich einrichten lässt. Mua, ciao. Oh, Mann, diese Weiber. Liebling, wann schaffst du dir die fette Schlampe vom Hals? Vielleicht ist sie eine fette Schlampe, aber sie ist doch unser beliebtester Star. Zeit, dass du ein Kerl bist, vielleicht schick sie in die Wüste. Oh, wie gern würde ich das tun. Ich habe nicht vor, ewig zu warten. Darüber macht dir keine Sorgen, mein Schatz. Ich arbeite dran. Entschuldigen Sie. Bitte. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe hier einen Brief, in dem ich gebeten werde, mich beim Inspezienten zu melden. Ich habe zu tun. Fragen Sie jemand anderen. Oh, aber also, wissen Sie, machen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe hier einen Brief, in dem ich gebeten werde, mich beim Inspezienten zu melden. Was kann ich denn dafür machen? Es ist ein scheußlicher Tag gewesen. Ich glaube, ich bekomme auch noch meine Migräne. Ich muss schnell zwei Aspirin nehmen. Hier oben. Bist neu hier, was? Suchst du Arthur? Ist das der Inspezient? So nennt er sich jedenfalls. Du wirst ihn nie finden. Ich führe dich zu ihm. Das wäre nett. Vielen Dank. Ich hatte vor sechs Monaten vorgesucht. Und jetzt habe ich die schriftliche Bestätigung, dass ich in den Fiebelschor aufgenommen werde. Ach ja? Ich verrate dir was, Kleiner. So irre toll ist das gar nicht. Du musst Sklavenarbeit leisten und die bezahlen miserabel. Ich mache mir keine Gedanken über die Bezahlung. Es ist eine Ehre für mich, eine Chance zu bekommen, in der Show mitzuwirken. Wissen Sie, ich bin ein großer Bewunderer der Fiebels seit meiner Frühstück. Ah ja, bei dem Lohn, den die hier auftischen, wird dir das bald vergehen. Aber solltest du jemals was nebenbei verdienen wollen, ich habe immer Interesse an kleinen Geschichten. Alles, was pikant oder, genauer gesagt, dreckig ist. Hey Arthur, hier ist ein junger Mann, der nicht sprechen will. In diesem Laden gibt es mehr Dreck als in der Kanalisation. Und ich zahle gutes Geld für gute Informationen. Meine Karte, Kleiner. Wenn du was weißt, zögere nicht, dich bei mir zu melden. Du bist bestimmt Robert. Ich habe dich schon erwartet. Freut mich, sie kennenzulernen, Sir. Oh, nenn mich ruhig, Arme. Und mit der willst du nichts zu tun haben, Junge. Die Mistbiene wühlt im schlimmsten Dreck für so ein Käseblatt. Hat nichts Besseres zu tun, als Lügen in Umlauf zu bringen und eklige Geschichten über das Ensemble zu verbreiten. Hey, pass auf! Das ist Miss Heidi. Du wirst sicher von ihr gehört haben. Und ob ich von ihr gehört habe? Sie ist mein Lieblingsstar. Entschuldigt, Girls. Darf ich einen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte euch ein neues Ensemble-Mitglied vorstellen. Ich weiß, ihr werdet euch bemühen, ihm das Gefühl zu geben, dass er zur Fiebels-Familie gehört. Na los, komm. Sag guten Tag, Robert. Sei nicht schüchtern. Ist er nicht süß? Sie war seine Stacheln. Das ist Lucille. Sie ist auch neu im Ensemble. Du musst mal mit ihr ausgehen. Ist das wahr, dass kleine Stacheln ein Zeichen von Potenz sind? Nun seht, was ihr gemacht habt. Ihr habt den Jungen in Verlegenheit gebracht. Ach, ist schon gut, Robert. Roll dich wieder auf. Sei ein braver Junge. Ich habe das bequem. Er mag dich, Lucille. Ich glaube, es war lieber auf den ersten Blick. Wie er sich angehimmelt hat. Hört auf. Er ist nur ein gewöhnlicher Igel. Lift your knees. Hold your head up. And don't forget to breathe. Keep breathing. Das ist nur ein gewöhnlicher Igel. Wenn das shit I better take or dive. Stuck his head out of the water and begin to dive. I got one leg missing. One leg missing. One, one, oh. I got one leg missing. How do I get around? All right. Was hast du hier zu suchen, Nadelkissen? Ich habe nur dem Ensemble zugehört. Ach, da bist du wohl der Neue, was? Ja, nehme ich an. Ich bin erst seit heute hier. Ich heiße Robert. Vielleicht bist du Robert für deine Freunde, aber für mich bist du bloß Fliegendreck. Verpiss dich. Ja, Sir. Leibscheißendes Stachelpaket. Sie hat einen geilen Arsch. Ich hätte nichts dagegen, sie ein bisschen zu verwöhnen mit meinem alten Rattenschwanz. Rattenschwanz. How do I get around? All right. Trevor, bitte. Ich brauche was, Mann. Ich brauche dringend was. Ich habe dir schon gesagt, die Ware kommt. Ja, aber, aber ich, ich bin im Moment total auf Turkey. Wenn ich nicht bald einen Fix bekomme, werde ich nicht auftreten können. Ich habe dir gesagt, es kommt, ja? Hör auf mit dem blöden Gejammer. Ich habe auch das Geld. Danke, Froschi. Das müsste gerade reichen, um deine Schulden zu decken. Aber mehr Geld habe ich nicht. Dann empfehle ich dir, bis 18 Uhr irgendwie 50 Mäuse abzutreiben. Aber mehr Geld habe ich nicht. Ich muss mich bei euch bedanken. Ihr habt diese Nummer wunderbar verstümmelt. Um 14.30 Uhr werden wir sie noch mal probieren. Mal sehen, ob ihr sie dann ein für alle Mal totkriegt. Entschuldigen Sie, Mr. Glitch. Sir, hätten Sie eine Minute Zeit für mich? Ich habe schon den ganzen Tag auf Sie gewartet. Ich kann ein fabelhaftes Lied singen, das bestimmt ein großer Hit werden wird. So, heißt das, du möchtest zu den Feebeln? Oh, furchtbar gern. Gut, mein Junge, ich gebe dir eine Minute. Beeindrucke mich. Es ist eine meiner eigenen Kompositionen. Es heißt, bin ja so happy, dass ich ein Kuppi bin. Bin ein süßer kleiner Fisch. Meine Schuppen sind so wund. Tolle immer in den Bluten. Bin so fröhlich und gesund. Ach, stimmt was nicht, Mr. Blatch? Ich glaube, ich habe ein Loch in einem meiner Backenzähne. Dürfte ich dich bitten, mal nachzusehen. Aber selbstverständlich. Es ist ganz weit hin. Meine Güte, ist das aber dunkel hier drin. Kann man nicht weckern, ist wirklich vom Feinsten. Guten Tag, Lucille. Vielleicht erinnern Sie sich nicht an mich, aber ich heiße Robert. Und ich wollte Ihnen sagen, dass Sie für mich das schönste Mädchen sind, das ich jemals gesehen habe. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie morgen Abend mit mir ins Kino gehen würden. Diese Blumen sind für Sie. Vielleicht, vielleicht sollte ich hier zuerst die Blumen überreichen. Ach, du arzt es nicht. Ich glaube, der arme Junge hat sich verknallt. Guten Tag. Diese Blumen sind für Sie. Es sind weiße Rosen. Ich hoffe, Sie gefallen Ihnen. Vielleicht erinnern Sie sich nicht an mich, aber ich heiße Robert und ich wollte fragen, ob Sie morgen Abend mit mir ins Kino gehen. Und dann habe ich das Nächli aus Spitzen anprobiert. Es passt nämlich angegossen. Die Farbe ist allerdings nicht... Guten Tag. Ich heiße Kino und ich wollte Sie verfragen, ob Sie morgen Abend mit mir, Robert... ganz ruhig, mein Junge. Kommt zu mir auf eine schöne Tasse Tee, hm? Wann werden wir auf dem Golfplatz erwartet? Prünktlich um 13 Uhr. So war die Absprache. Was ist ein Handicap, Barry? Meitz ist zu Hause. Sie backt gerade einen Kuchen, Boss. Um Himmels Willen, Heidi. Erzähl mir bloß nicht, dass du joggen warst. Das ganze überflüssige Fett muss doch dein Herz total überanstrengen. Sollte das eine Anspielung auf meine Kondition sein? Ich habe mich noch nie wohler gefühlt. Es muss irre schwer für dich sein, Kleider zu kaufen. Naja, in deinem Alter braucht eine Frau nicht mehr auf ihre Figur zu achten, findest du nicht? Wie, wie kannst du mich so beleidigen, du, du billige Mietze? Du fetter, wabbliger Vielfraß. Kein Wunderer-Splatsch dich nicht ausstehen kann. Du lügst. Er liebt mich. Er verabscheut dich. Das ist nicht wahr. Du langweilst ihn zu Tode und du bist doch eine Null im Bett. Hexe! Er hat nur nach mir verlangen. Er kann nicht genug von mir kriegen. Lügnerin! Wenn du nicht so dumm wärst, hättest du schon längst bemerkt, dass wir seit Monaten ein Verhältnis haben. Du lügst. Du kratschlustige Lügnerin! Da! Sie war gemacht. Okay, Robert. Tu alles genau, wie ich es dir sagte. Sie ist jetzt da drin. Also, mach deine Sache gut. Arthur, sind Sie ganz sicher, dass das eine gute Idee ist? Sie wird alles flippen. Na los, jetzt zeig, was du kannst. Du bist mein Amour. Oh, Lucy, oh, Lucy, oh, Lucy. Mach weiter, mach weiter. Es wirkt Wunder. Unter the light of the Spanish moon It is for love that I can do this tune. You sing, you sing, you sing. Ich bitte um Entschuldigung. Sie müssen mich für einen Idioten halten. Ich hätte sowas nie tun dürfen. Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie nie wieder belästigen. Robert, warten Sie. Woher haben Sie gewusst, dass ich Flamenco liebe? Das war wunderschön. Einfach wunderschön. Ach nein! Ach, wie seid ihr hier reingekommen? Ach nein! Nicht die Cold Cream. Ihr verflixt Lümmels. Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass ihr nicht in mein Zimmer kommen sollt. Und bleibt draußen. Vorsicht, Fass! Hey! Hey, Fieber! Oh, was soll ich jetzt bloß machen? Ich habe sechs Monate gebraucht, um Sie zu trainieren. Eine köstlich zugerichtete Fleischdelikatesse. Ein grandioser Schlag, Boss. Sie sind dran, Cedric. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du solltest meine Schläger sauber machen. Wollte ich auch. Stimmt das, du Saftsack! Scheiße! Heute bin ich aber gut drauf. Die Anlage gefällt mir. Ich komme in Versuchung, Mitglied des Clubs zu werden. Ich fürchte, das kommt nicht in die Tüte, Cedric. Heißt das, man hat etwas gegen gute Golfspiele? Nein! Wir mögen nur keine Schweine im Clubhaus. Weißt du, Sid? Ich finde es echt anständig von dir, dass du mich zu einem Bier einlädst. Nach dem kleinen Malheur von vorhin. Na ja, nichts für ungut, Arthur. Ich habe immer nur Pech. Glaub mir, solche Dinge passieren mir immer zu. Habe ich dir schon erzählt, dass Sandy mir einen Vaterschachsprozess anhängen will? Was du nicht sagst. Ja, sie glaubt, dass das Kind, das sie bekommen hat, von mir ist. Ich möchte gerne wissen, wie sie das beweisen will. Sie hat schon mit dem halben Ensemble geschlafen. Hat sie das? Aber mit mir noch nicht. Na, also weißt du, ich will keine Gerüchte in die Welt setzen. Aber du bist ein richtiger Kumpel und ich weiß, ich kann dir alles anvertrauen. Auch das noch. Da kommt sie schon, verdammt. Sidney, der Termin ist für den 16. festgelegt worden. Solltest du nicht vor Gericht erscheinen, wird man ihn auf den 21. vertagen. Aber dann wird man dich zu einer Blutuntersuchung zwingen. Verdammt noch mal, Sandy. Warum hast du es hierher gebracht? Es ist nicht von mir und das weißt du auch. Ich glaube, wir lassen lieber das Gericht darüber entscheiden. Es hat schon deine Augen, Sid. Ich glaube, Oh... 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 You wanna slice all the action But you're not acting very nice Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist bestimmt große Karriere machen. You want a hot potato, but baby you're just too cold. You want a hot potato to go with your sausage rolls. Don't look at me, baby, I'm much too hot to home. I'm here to join him. Yes! Yeah! Thank you. Thank you. Von dem Herrn an der Bar mit der roten Nelke. Also, du kommst aus dem Osten? Ich habe gehört, es gibt da viele ganz irre Sümpfe. Was macht ein hübsches, junges Ding wie du in dieser rauchigen Bar? So jung bin ich nicht. In zwei Jahren bin ich 18. Wirklich? Aber du bist so gut entwickelt. Nee, stimmlich meine ich. Mein Gesangslehrer sagt, ich habe enorme Lungenkraft. Ich mag deinen Stil, Heidi. Wirklich? Du hast große Klasse, aber das ist manchmal nicht genug. Ich kenne viele Mädchen, die diese Stadt aufgefressen hat. Du musst die richtigen Verbindungen haben. Du brauchst jemanden wie mich für sowas. Oh. Sind Sie etwa Produzent? Ich will einer sein. Ich will der beste Produzent sein, den diese Stadt jemals gehackt hat. Ich habe die Kontakte, ich habe das Kapital. Jetzt brauche ich nur noch das, was du hast. Talent. Oh. Heidi, ich möchte gern dein Manager sein. Aber ich weiß nicht einmal, wer Sie sind. Alle nennen mich Bletsch. Bletsch? Was für ein hübscher Name. Sag mir, Heidi, dein wunderschöner Mund. Küssst er denn auch so gut, wie er singt? Oh, Bletsch. Oh. Sehr schön, Mr. Blatch. Vielleicht möchten Sie sich meine Auswahl an Schlägern etwas näher ansehen. Ja, ja, sehen Sie nur. Es ist beste Ware, das kann ich Ihnen garantieren. Ich habe zu Ihnen volles Vertrauen. Das Zeug ist erstklassig, Boss. Wann können wir mit der Lieferung rechnen? Erwartet Louis in der kleinen Gasse um 18 Uhr. Entschuldigung, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Ach, Köpfe. Harzi! Es muss an der vielen frischen Luft liegen, davon kriege ich immer Heuschnupfen. Mist! Ja, sowas, so ein Pech, alter Freund! Oh, verdammt! Ich bitte um Entschuldigung, Cedric, eine Fisch-Gräte-Sache bei der Kehne-Pfest. Mein Spiel, würde ich sagen. Verflugte Scheiße! Hat Ihnen mein Liedchen gefallen, Mr. Blatch? Oh, ja, Sturz-Ruh-Ruh-Ruh-Ruh! Oh, ja, Sturz-Ruh-Ruh! Oh, ja, Sturz-Ruh-Ruh! Oh, ja, Sturz-Ruh-Ruh! Oh, ja, Harry, oh, ja, oh, ja, oh! Die vielen Mohren machen mich auch im Dunkeln scharf! Harry, das ist so gut! Ach, nicht umsonst, sagt man, dass wir es wie die Karnickel treiben, Süße! Was ist mit mir, Harry? Was ist doch nicht glücklich? Aber nur, steig mal auf und ich gebe dir den Rett deines Lebens! Hey, wartet mal einen Moment! Verdammte Schöner! Alter, Perverse! Wer war denn das, Harry? Nur ein kleiner Sex-Persessener mit einem Anfall von Geilheit! Und wie steht's denn mit deiner Geilheit, Harry? Ich fühle mich, wie sie mich übermannt, oh, Mann! Ich werde mich selbst übertreffen! Nein! Oh, bitte nicht! Hilfe! Oh, bitte! Oh, bitte! Ich hätte mal nicht mehr helft! Oh, nein! Nimm doch, du Sau! Nein, ich bitte dich! Wer hat gefragt, dass du mich duzen darfst? Fotze! Lass sie in Ruhe! Du dreckige Kakerlade! Geht's Ihnen gut, gnädige Frau? Gott! Scheiße! Ist doch verrückt oder sowas! Du hast die ganz blöde Angewohnheit, deine Nase immer an andere Leute Angelegenheiten zu stecken! Oh, es tut mir sehr leid! Du hast meine Aufnahme verdorben! Ich mache nie eine zweite Aufnahme! Ich hatte keine Ahnung, dass gefilmt wurde! Quatsch doch nicht so viel! Mir ist kalt! Es tut mir leid, dass ich gestört habe! Ich will sie auch nicht länger aufhalten! Vergessen wir das Auspeitschen! Fangen wir an mit den Blasen, okay? Wo ist unser maskierter Masochist? Ach du Scheiße! Das fehlt mir noch! Der ist nausetot! Hast du denn nicht gemerkt, dass du auf seiner Visage hockst? Ich merkte schon, dass ich unbequem sitze, aber ich dachte, es wären meine Hämorrhoiden! Scheißegal! Vielleicht kann ich es noch als Actionfilm verkaufen! Du musst schnell einen Ersatz für ihn finden! Ich stehe nicht auf Selbstquälerei! Klar? Keine Angst, liebe Daisy! Ich habe für dich genau den richtigen! Na, wie finde ich denn das? Dennis schnüffelt in der schmutzigen Darmwäsche rum! Aber nein! Ich habe nur das Seifenpulver gesucht! Natürlich, Dennis! Riech doch mal an diesem hier! Ja, ich würde sagen, sein aparter Duft trifft genau deinen Geschmack! Dennis, ich habe einen netten kleinen Job für dich! Auch das noch! Die nächste Nummer! Okay, alle zusammen! Von vorne! Musik, bitte! Musik, bitte! Musik, bitte! Musik Verdammt doch mal, was zum Teufel hast du jetzt auszusetzen? Wer trägt das rote Banner, wenn ich fragen darf? Ich, Sir Und was um Himmels Willen treibst du eigentlich da? Ich halte Wache vor dem Wassergraben, Sir Vor dem Wassergraben? Ich verstehe Du wurdest aber angewiesen, auf der Bühne hinten links zu stehen Es ist bekannt, dass italienische Bannerträger des 17. Jahrhunderts oft den Schutzwall entlang gegangen sind Und Ausschau nach dem Feind gehalten haben Das finde ich äußerst informativ Ich habe viel darüber gelesen, Sir Mein Lehrer an der Schauspielschule hat immer gesagt, ich sollte eine Rolle genau ergründen Ach, wirklich? Dann will ich dir was erzählen, das hier ist eine Fernseh-Varieté-Show und keine Referenz an sowjetischen Realismus Verdammt noch mal, ich brauche einen Bannerträger und keinen Dramaturgen Wenn ich bitten darf, noch mal von vorne Entschuldigen Sie! Halt! Ich werde dich... Oh nein! Was ist denn? Es ist nur, dass ich ein Problem mit meiner Motivation habe Ich verstehe nicht, warum ich stillstehen soll Wenn die Szene an sich die heftigsten physischen Reaktionen suggeriert Und große Gefahr Darf ich annehmen, du möchtest es alle aufhören zu singen Während du zur Mitte der Bühne kommst und einen kleinen Kriegstanz aufführst Hast du es dir vielleicht so gedacht? Naja, an sowas ähnliches dachte ich schon Ah, ich werde noch verrückt! Entschuldigung, ich störe ungern, Chef Aber es sieht so aus, als wenn die Assistentin des Messerwerfers nicht durchkommt Soll ich den Auftritt von Winyard lieber abblasen? Wird nicht nötig sein Ich habe den perfekten Ersatz Dennis besorgt Stacey erste Klappe Okay Dennis, lass die Hosen runter Na los, worauf wartest du? Die Kamera läuft Ach du armer Körper Meine Güte, hast du nicht mehr zu tun? Trepper, du musst dir mit ihm was einfallen lassen Los, krieg einen Ständer Also ich mache nichts, absolut nichts, bis sein Auto auf Touren kommt Was ist denn los? Macht sie dich nicht an? Was? Dennis, ich weiß, was dir fehlt Damit wird's klappen Ich halte das nicht aus, nicht schon wieder ein Schlümpfer, Schnüffler Ich werde mich gleich bitten, ihn in den Mund zu pinkeln Okay Junge, jetzt leg mal los Ja, ja Oh Mann, mir geht's vielleicht beschissen Was ist los, was habe ich bloß? Was hast du denn, Harry? Fühlst du dich nicht wohl? Was? Wer hat das gesagt? Das kommt von deinen vielen langen Nächten Vielleicht bekommst du nicht genügend Vitamine Darf ich dich heute zum Mittagessen einladen? Moorrüben, die sind doch nicht etwa von dir, Harry, oder? Du bist krank! Nein, Harry, aber ich glaube, du bist es Was fehlt dir? Sag mir, was du für Symptome hast Ich? Ich habe gar nichts, du scheiße fressende Reporter! Das geht gegen die Pressefreiheit, Harry Na mach schon, du kannst es mir anvertrauen Ich kann sehr diskret sein Ich bin munter wie ein Fisch im Wasser Ich fühle mich fantastisch Dein Gequatsch macht mich krank und ich... Einen Moment mal Ich bin krank, sagt Harry, der Hase-Star Der Bibels-Varieté-Show Hört sich an wie der Keim zu einer guten Story Lass mich in Ruhe! Du kannst die Wahrheit nicht verbergen, Harry Was auch immer du hast Ich werde es herausbekommen, selbst wenn ich es erfinden muss Nein! Das wird doch eine delikate Erstmeldung Verdammt, Trevor Hast du das Zeug? Ich hänge total durch Morgen kriegst du das Geld von mir Ich schwöre es dir Guten Tag, mein Name ist Robert Bist du der neue Lieferant? Nein, der Regisseur hat mich geschickt Ich soll ihm bei ihrer Messerdorfnummer assistieren Ach du Scheiße Wollen Sie sie vielleicht einmal mit mir durchgehen? Nein, lieber nicht Ich weiß wirklich nicht, ob das so eine gute Idee ist Hast du etwas Stoff bei dir? Stoff? Junk Etwas Horse Skat Snow Coke Crack Methadon Benzadrin Speed Mescalin Morning Glory LSD STP Aspirin Poppers Paracetamol Viquapurup Vielleicht habe ich damit Glück Bist du ganz zufällig Asthmatiker? Borgst du mir dein Atemspray? Ich nehme überhaupt keine Drogen Ich finde es nicht richtig, den Körper damit zu verseuchen Ach, für dich ist es so leicht, sowas zu sagen Du bist doch nicht durch die Hölle gegangen Hä? Nam Ach, sie waren in Vietnam Ich habe das Schlimmste durchgemacht, Junge Die Tet-Offensive 1968 Charlie hatte uns mit dem Rücken zur Wand Wir waren zu sechs Nein, wir waren nur noch fünf Jeder Vietgamesen nördlich von Saigon hatte uns im Visier Da! Hilfe! 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 Gib mir Deko! Hör auf! Hör auf! Ja, schnell! Ach, gut! Weiter! Gut gemacht! Ja! Du hast gut! Danke, Jim Das mache ich wieder gut Ich wollte nicht zusehen, wie mein bester Freund von Charlies Kugeln durchlöchert wird Drei Wochen später waren wir auf einer Routine-Patrouille nördlich von Taipang Charlie war ganz nah So nah, dass man ihn fast riechen konnte Wo ist 8-Ball? Gehen wir zurück und suchen darin 8-Ball Gott sei Dank Wir dachten schon, Charlie hätte dich erwischt Wow! 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 In den darauffolgenden Tagen wünschte ich mir tausendmal, dass es mein Kopf gewesen wäre, den sie aufgespießt hätten! Ich kann nichts sehen, ihr Schweine! Oh nein, bitte nicht! Zwei Tage lang haben wir Chuck nicht gesehen Wir dachten schon, es ist aus mit ihm Aber am Abend des dritten Tages haben die ihn uns wiedergebracht Die Dreckskerle hatten ihm die Beine abgenommen Das war's! Oh nein! Nein! Warte! Ich bin glückgerecht, die Ich bin glückgerecht, dann bin ich glückgerecht Ich bin glückgerecht, dann bin ich glückgerecht Aber der Vietcong war mit uns noch nicht fertig Ihr verkorkster kommunistischer Verstand Hat er sich eine letzte Folter ausgedacht Ich will nicht sterben Wie ich so in die Mündung der Waffe starte Musste ich an Chuck und Eggball denken Und an die tausend anderen Die in dieser gottverlassenen Wildnis ihr Leben gelassen hatten Ich hatte plötzlich keine Angst mehr vor dem Tod Lass uns schnell verschwinden Jim, hilf mir Ich, ich Jim, ich Mach schon, Kumpel, hilf mir rauf Winyard, Winyard, lass mich nicht hier Nein, bitte, nein, nein Erst nach sechs Monaten wurde ich aus dem Saigoner Krankenhaus entlassen Zu diesem Zeitpunkt war ich aber schon süchtig nach jedem Rauschgift, das man überhaupt kennt Mann, was sie alles durchgemacht hat Junge, willst du nicht dein Mitgefühl auf irgendeine handfestere Weise zum Ausdruck bringen Wie könnte ich das tun? Verein der Vietnam-Veteranen Wir brauchen Unterstützung, unsere Kasse ist leer Die Mindestspende beträgt 50 Dollar Danke Junge, dieser Verein hat eine deftige Geldspritze dringend nötig Was für ein Riesenort geart Glaubst du wirklich, dass die Leute sich dafür interessieren werden? Für nasalen Sex Klar Boss, es ist die neueste Masche Wie willst du den Film nennen? Ich dachte an Dennis besorgt Stacy Nein, das klingt nicht Na, wie wär's dann mit, äh, Annala Jokos Annala Jokos, nicht schlecht Ich finde, das hat irgendwie eine gewisse Note Es wird den Intellektuellen ansprechen und neugierig machen Glaubst du, es wird so ein Knüller wie unsere letzte Produktion und den Nuttenpreis gewinnen? Weißt du, ich mache mir Sorgen, Madame Bovín Wir haben mit ihren beiden letzten Filmen Geld verloren Willst du einen Ersatz für sie haben, Boss? Ich glaube, unser Publikum hat große, dicke Euter über Du musst was Junges, Hübsches, Appetitliches finden Ja, ich jogge gern, täglich Wird besorgt, Boss Die nächste Nummer ist dran Als nächstes kommt der Schlangenmensch Arbi Barquan Ich sagte ihm, wir würden ihn erst in einer halben Stunde brauchen Mehr wird bestimmt meditieren Dann wirst du ihn wohl einfach unterbrechen müssen, nicht wahr? Äh, ich, ähm Ach, lass nur, ich werde ihn selbst holen gehen Arbi, mein Bester Ich dringe sehr ungern in dein Nirvana ein, aber du wirst auf der Bühne benötigt Bitte stören Sie mich nicht, ich fliege gerade in die astrale Welt Nun, vielleicht könntest du deine Flugpläne ändern und uns unwürdige Sterbliche mit deiner Gegenwart beehren Wegen deinen Zynismus bin ich unempfindlich Hör mich jetzt mal an, du knochenloser Freak Ja? Wenn du nicht in fünf Minuten auf der Bühne bist, kannst du dich als entkörpert betrachten Und zwar von der ganzen Show Nein, 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 nein Um Himmels Willen, was ist los, Harry? Ruf doch schnell einen Arzt Wie fühlen wir uns denn, Harry? Ach, wissen Sie, ich fühle mich miserabel, Dr. Quack Was habe ich eigentlich? Ich mache ein paar Tests, aber leider habe ich nicht viel Hoffnung Es gibt nur eine Krankheit, auf die deine Symptome passen Ich habe die Schlimmsten befürchtet Nein, nein, bitte nicht die Schlimmsten Ich muss es auch unbedingt dem Gesundheitsamt melden Die werden deine sexuellen Kontaktpersonen wissen wollen Der vergangenen zwölf Monate Das kann doch nicht stimmen Es kann nicht sein, ich habe mich immer so vorgesehen Sagen Sie es schon Wie lange habe ich denn noch? Das ist sehr schwer zu sagen Aber in diesem vorgerückten Stadion Zehn Vielleicht zwölf Monate Ah, ah, Stunden Tut mir leid, Harry Doktor, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Selbstverständlich Was denn? Erzählen Sie es keinem Lassen Sie mich heute Abend auftreten Okay, Harry Wenn ich sterbe, will ich, dass mein Ruf unbefleckt ist Das würde dir passen, Harry Es kann losgehen, Arby Erstaune mich Hippie-Scheiße Entschuldigung, Chef Soll ich noch mal von vorn anfangen? Weitermachen, weitermachen Ach du meine Güte Ist alles klar da oben? Unglücklicherweise habe ich meinen Kopf in mein Rektum gesteckt Ist das nicht ein Teil deiner Nummer? Sehr schade, wir könnten Sie sonst Gang nach Indien nennen Also das reicht, los jetzt den Knote dich Könnte ihm vielleicht jemand helfen? Hat keinen Zweck, Chef Er steckt fest drin Ich bin niemand da, der mir helfen kann Bitte Oh Mann, ich hab die Nase voll Das bringt doch das Fass zum Überlaufen Blätsch Ich muss mit dir reden Wir stecken mitten in einer Krise Winyard hat seine Assistentin erdeucht Arby ist Moment kopflos Und Sids Auftritt ist ein für alle Mal geplatzt Wir haben keine andere Wahl, als es wieder reinzunehmen Mein Lied Nein! Blätsch, es tut mir leid Aber die Show ist nur noch ein Trümmerhaufen Die Show ist für die ganze Familie bestimmt, hörst du? Der Sender würde es niemals erlauben Aber es ist ein superbe Stück Musiktheater Ich weiß, dass die Zuschauer vor Begeisterung jubeln werden Ich bestehe darauf, dass es reingenommen wird Ach, nimm deine dreckigen Pfoten von meinem Schreibtisch Wir haben eine wunderbare neue Bearbeitung Es ist genau einstudiert Und das geht in etwa so Pass auf Der Chor kommt von links auf die Bühne Und dann kommt eine Zauber Auf der Klaviereinleitung Und da erscheine ich Ich komme von hinten auf die Bühne Und dann mache ich eine Pirouette Und überall spielen die Geigen Und dann musst du dir vorstellen Wie das klingt, wenn die Celli einsetzen Und ich springe über die Bühne Was soll das, Blätsch? Lass mich runter! Ich habe den Kanal voll von deinen jammervollen Liedern Geh jetzt zurück auf die Bühne Und tu nur deine Arbeit! Du versäumst was, du alter Spieser, alte Tunte! Guten Tag, Miss Heidi Was soll es denn heute sein? Ähm, nur eine von den Witzendrüffeln, bitte Oh, bitteschön Diese Miss Heidi Ja Sonst noch ein Wunsch, Miss Heidi? Können Sie mir vielleicht etwas einpacken zum Mitnehmen? Die Schwarzwälder Kirschtorte Hallo, Harry Ich bereite Ihnen, dass du ruhmdurcht Unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit Der Haut, das Schlag zwischen deinen Beinen Sieht wirklich scheußlich aus Schmeckt auch nicht so sonderlich gut Ich verschwinde aus meinem Bett, du dreckiger Parasie Schreib mal einen Moment so, Harry Eine tolle Aufnahme Meine Eier Es tat mir so leid, von deiner tödlichen Krankheit zu hören Möchtest du einen Kommentar? Es ist eine Verleumdung, ich habe keine tödliche Krankheit Ich bin vollkommen gesund Lass uns mal kurz nachsehen, was Dr. Quack dazu zu sagen hatte Zitat Anfang Es gibt nur eine Krankheit, auf die deine Symptome passen Ich habe die schlimmsten Befürchtungen Zitat Ende Oh, sehr ergreifend Nimm doch die Hand runter Ich brauche ein paar Fotos mit richtigen Zähnen Was verlangst du von mir Geld? Ich gebe dir alles, was du willst Bedaube, Harry Du könntest mir nie das bieten, was diese Story wert ist Warte, Moment noch, ich überschreibe dir meine Lebensversicherung Deine Lebensversicherung? Klingt schon besser Komm nur etwas näher, ich gebe es dir schriftlich Nima, morgen um diese Zeit kann ich das Geld schon ausgezahlt bekommen Leider daneben, Harry Ich muss jetzt los Bei uns beiden läuft die Frist ab Hast du kapiert, Harry? Die Frist? Das ist gar nicht so schlecht Sofortdruckstopp, Titelsöffel kommt neu Ich habe eine Exklusiv-Story Was soll das? Du hast sie mir falsch rum reingesteckt Tut mir leid Ich wusste nicht, dass Würmer so empfindlich sind Und der Viertraum Vietnam ist ein hoffnungsloser Rauschgiftsüchtiger Es wurde mir bewusst, wie viel Glück ich eigentlich habe Wie viel Glück wir beide haben Ich bin über unsere Verlobung so glücklich Hals und Beinbruch heute Abend Bist du nervös? Ein kleines bisschen Ich auch Genau genommen bin ich schrecklich nervös Ich trete zum ersten Mal auf Du wirst toll sein, ich weiß es ganz genau Ich hoffe, ich störe dich nicht Ich wollte mich nur für die Show umziehen Wie ich sehe Was möchten Sie? Ach, nur einen Moment deiner Zeit Weißt du, wir haben heute was zu feiern Und das Heere? Deine neue Karriere, Lucille Ich werde dich zum Filmstar machen Filmstar? Ja, ich beobachte dich von Anfang an Du bist eine der wenigen, die das gewisse Etwas haben Star-Qualitäten Oh, davon habe ich immer geträumt Einmal beim Film zu sein Ach ja? Ich habe eine umwerfende Rolle für dich Oh, muss ich dafür vorsprechen? Deshalb bin ich überhaupt hier Mir ist so schwindelig Lass mich dich nur etwas freimachen Oh, was hast du für ein wunderschönes, weißes Fell, mein Kind Lucille, du hast das bei mir Wann kannst du die Kurve? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Lucille Verdammt nochmal Robert Du bist betrunken Ist alles in Ordnung Bin sowieso fertig mit ihr Pack den Stier bei den Hörnern, Junge Die kann was Wie konntest du sowas tun? Robert Lucille, wie konntest du nur? Nein, Robert Warte doch Wo bleibt sie, verdammt und zugenäht Wisst ihr, wie spät es ist? Ist alles klar, Chef Miss Heidi kommt gerade auf die Bühne Na endlich Bitte von vorne On a magic night When the way you feel Is a mystery It will be revealed Could be an angel From up above With a flower From the garden Garden of Garden of Love Night On another day It may come again Oh It may come again It may come again From up above A much more Someone, you've been dreaming of With a flower from the garden Garden of Love Garden of Love There are mysteries that don't Come on up as you are Single love There's no limit to the dark Nein! Oh, 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 oh. Es war nicht meine Schuld. Du hast dich wieder mal überfressen. Nein, habe ich nicht. Da hängt noch ein Schwarzwälder Kirschtortenrecht zwischen deinen Brüsten. Oh, ist der da hingekommen. Du weißt doch, was Füßigkeiten bei dir bewirken. Es war nur ein winziges Stückchen. In deinem Vertrag steht, dass es dir an Tagen, an denen du Vorstellungen hast, untersagt ist, Kuchen zu naschen. Ich war depressiv. Du bist depressiv? In weniger als drei Stunden geht die Live-Übertragung los. Verdammt noch mal! Wie kannst du so mit mir reden? Du verstehst es nicht. Keiner von euch versteht mich. Plötzlich fühle ich mich furchtbar. Furchtbar, furchtbar alt. Pletsch, willst du mich nicht haben? Ich muss mit dir reden. Sag, dass du nur mich liebst. Liebst du mich? Sag, dass du dich liebst. Oh, ich ja, weißt du, Heidi. Pletsch? Ja. Oh, na. Oh, na. Oh. Heidi, es ist nicht so, wie es aussieht. Heidi! Heidi. Miss Heidi! Was ist denn los? Verdammt! Warum kommst du so spät? Wir haben schon gedacht, du lässt dich gar nicht mehr blicken. Völlig daneben. Wir hatten ein kleines Problem. Der Zoll ist bei uns aufgetaucht und hat bei uns ein bisschen umgeschnüffelt. So, ist das alles? Ja, selbstverständlich. Es ist alles da. Aber jetzt muss ich gehen. Moment mal. Immer mit der Ruhe. Wieso denn? Wie ich schon sagte, es ist alles da. Warum so heilig, Louis? Es ist hundertprozentig rein. Unverschnitten. Davon bin ich überzeugt. Barry, mach mir eine Dosis fertig. Ein paar Verträge brauchen Ihre Unterschrift, Mr. Pletsch. Komm her, Dennis. Ich will, dass du was Schönes probierst. Oh. Sehr großzügig von Ihnen, Mr. Pletsch. Boorocks. Ich schwöre bei dem Allmächtigen, das habe ich nicht gewusst. Ich bin genauso überrascht wie Sie. Ich, 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 bitte Sie, Mr. Pletsch, wir können darüber reden. Den Vorschlag finde ich ausgezeichnet. Sag uns, wo das Zeug ist. Es ist, es ist, es ist. Lauter, ich kann dich nicht hören. Es ist unten am Hafen. Mr. Big will es heute Abend verschiffen. Am Hafen? Wo denn? Ah, im Schuppen elf. Na siehst du, so schwer war doch das gar nicht, oder? Nun denn, was sollen wir hier mit dem ganzen Borax anfangen? Du hörst dich etwas verschnupft an, Louis. Vielleicht brauchst du nur etwas, was deine Nase frei macht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Mach den Mund auf. Oh, bitte, nein, bitte nicht. Nein, Mr. Pletsch, nur nicht das bitte. Ach, Mann, den hast du aber ganz raffiniert liquidiert, Boss. Ich glaube, es ist Zeit, Mr. Pick einen Besuch abzustatten. Blatch, tut mir leid. Es gibt keine Show. Wovon redest du zum Kuckuck? Heidi weigert sich aufzutreten, der Sender macht ohne sie nicht weiter und die Live-Übertragung wurde abgesagt. Was soll das heißen? Natürlich tritt sie auf. Macht sie nicht, Blatch. Heidi hat sich in ihrer Garderobe eingeschlossen und will mit niemandem reden. Bitte warte hier fünf Minuten. Es ist außen vorbei. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Das Spiel ist aus. Finito. Kaputt. Die Show findet nichts statt. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Halt mich fest, Bart. Ich glaube, ich rede oben nicht. Heidi, hier ist Blatch. Heidi, ich, ich, ich will mit dir schlafen, Schatz. Ach, du machst mich verrückt. Komm schnell hierher und knopf mir die Hose auf. Oh, du wahnsinniges, unerrschtes Untier, du. Ich wusste, dass du kommen wirst. Ja! Jemand soll den Sender anrufen. Die Show findet statt. Da holte ich mein Rasiermesser raus und schnitt ihm die Kehle durch und dann hab ich den Lumpf vergraben. Ich muss schon sagen, Cedric, es ist schlimm genug ermordet zu werden, aber dann noch die letzten Minuten mit einem psychopathischen Schwein zusammen sein zu müssen, nenne ich wirklich Pech. Den hast du ordentlich ins Jenseits befördert. Was ist denn das? So ne Scheiße! Ihr Schweinehunde! Hey! Aaaaah! Aaaaah! Guck! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja. Ja! Ja, ja, ja. Ja, ja! Du verfluchter Hund, jetzt bin ich im Arsch. Okay, Jungs, alles aufladen. Das wär dann alles, Boss. Und es ist höchste Zeit, uns aus dem Staub zu machen. Ja. Weg hier! Hä? Kacke! Nein! Nein! Fahr los! Auch das noch! Scheiße! Fahr doch los! Gib Gas! Verdammt! Wie ich Spinnen hasse! Blatch, das ist Mr. Pink. Hallo, Blatch. Wo willst du denn hin? Ich nehme, was mir gehört. Versuche nicht, uns aufzuhalten. Die Sache ist eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Nimm Abschied von deinem Arsch. Zeig dir, was du kannst, Trevor. Schalt zurück in den Ersten. Der Zwölffingerdarm ist verdammt stein. Wo geht's lang, Boss? Links oder rechts? In Richtung Pflicht. Fahr mich zurück ins Theater so schnell du kannst. Alles klar, Boss. Hä, hä, ich muss mich umziehen. Bin vollgesaugt mit Lebertragen. Wo ist Harry? Er müsste schon hier sein. Die Moribe muss nach links. Aha, steht der Spott richtig? Ja. Wo zum Teufel bleibt denn Harry? Ich habe das Gefühl, dass er nicht auftreten wird. Er fühlt sich nicht wohl. Kein Problem, kein Problem. Äh, wir ziehen einfach den Garten der Liebe vor. Das wird ein einmaliger Erfolg. Ach, Miss Heidi, sie sehen blendend aus. Ach, Dorosie, ich fühl mich blendend. Mein Auftritt heute Abend wird so sein, dass man ihn nie vergisst. Schlag nicht tot, wenn du willst, Harry. Es ist sowieso zu spät. Es wird keine Rolle spielen. Die Story ist schon gedruckt. Ach, du frühgefressene Made, du blöfst nur. Ach, wirklich, Harry? Herzlichen Glückwunsch, Harry. Du bist ja auf der Titelseite. Extra Blatt, Extra Blatt, die letzte Meldung. Extra Blatt. Extra Blatt, Sexkrankheit schlägt zu bei der Fibel-Show-Truppe. Danke, Ma'am. Extra Blatt, Extra Blatt, Sexkrankheit. Danke, Sir. Mich lauft, der Affe. Weißt du etwas darüber, Trevor? Was? Überhaupt nichts, Boss. Warum konnte dieses Arschloch von einem vom Bett zu Bett hüpfenden Hasen sein Ding nicht mal zu Hause lassen? Wer schreibt diesen Mist? Ich ahne und vermute was, Boss. Rede mit ihm. Ei, ei. Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Herzlich willkommen zur größten und spektakulärsten Show in der Geschichte der Unterhaltung. Wir bitten um Applaus für die fabelhafte Fibels-Varieté-Show. Mit der Fibels, mit der Fibels. We're not your average, voluntary people. Mit der Fibels, mit der Fibels. Wir erleben einen historischen Moment, Raser. Heute Abend werden wir in das Weltall des Superstars geschossen. Ich fühle mich geehrt, daran teilnehmen zu dürfen, Mr. Blatt. Ein Mordenist. Ein Mordenist. Unconditionally guaranteed to save you when you make the Fibels. Hey, Trevor. Ich habe 50 Mäuse, Mann. Ich muss was haben. Ich bin in ein paar Minuten dran. Mann, die Lage ist sehr ernst. Bitte, sieh dir meine Hände an. Komm, folge mir. Donnerwetter. Ist das eine echte Havanna, Mr. Blatt? Möchtest du eine haben? Ah, so? Und ob ich eine möchte? Ja. Möchtest du sie jetzt taufen? Ja. Bitte. Na, also. Tausend Dank, Mr. Blatt. Sie sind ein richtiger Gentleman. Das ist die erste Havanna seit meinem 21. Geburtstag. Die Grachen sind was für richtige Männer, nicht wahr, Mr. Blatt? Ja, Mr. Blatt. Herrlich. Schön. Blatt. Alles klappt ganz fabelhaft. Die vom Sender haben soeben mit mir gesprochen. Sie wollen eine Serie draus machen, die im ganzen Land ausgestrahlt wird. Und die Beurteilungen. Die Kritiker sind ausnahmslos völlig aus dem Häuschen. Eine Serie, die im ganzen Land ausgestrahlt wird. Gut gemacht, Sebastian. Ach, ich kann mir schon die Schlagzeilen vorstellen. Das künstlerische Chemie des Regisseurs bringt der atemberaubenden Feebleshow einen herausragenden Erfolg. Ja. Ich muss mich zusammenreißen. Ich darf meinen Auftritt nicht verpassen. Mein Publikum liebt mich. Ich kann meine Fans nicht enttäuschen. Robert, wir müssen reden. Wir beide haben uns nichts mehr zu sagen. Ich, ich will dir erzählen, was passiert ist. Ich dachte, du bist ein nettes Mädchen. Das bin ich auch. Nein, bist du nicht. Du bist eine Lose. Und du trinkst. Nein. Du bist nichts weiter als eine lose Säuferin, Lucille. Und, 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 und ich will dich nie wiedersehen. Oh, 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 oh Jetzt unser Toilettenbecken völlig verstopft. Meine Mutter, musst du immer so ekelig erregend sein. Klingt reizvoll, appetitanregend. Hey, was soll das? Lass mich los. Du hast schon wieder Märchen erzählt, nicht wahr? Wenn dir der Artikel Probleme macht, beschwere dich beim Verleger. Das wird doch nicht nötig sein. Helft mir. Das wird nicht rollig, Boss. Ein Reporter mit einem linken Bügel. Wir wollen keine voreingenommene Person, nicht wahr? Einesfalls. So was nennt er einen unvereingenommenen Journalist? Dadi, dadi. So ein schönes Fläschchen. Ja, dadi. Hallo, Gletsch. Hey, Heidi. Was zum Teufel machst du hier? Herzlichen Glückwunsch. Die Show ist ein phänomenaler Erfolg. Was willst du? Unser Zusammensein heute Nachmittag war zu kurz. Ich dachte nur, du hättest vielleicht gern einen Nachschlag. Heidi! Himmel, Donnerwetter, zieh dich sofort wieder an. Komm, setz dich nicht. Wenn dir zu heiß ist, kann ich für dich die Klimaanlage einschalten. Mir ist heiß, Bletsch. Aber nicht so, wie du gerade denkst. Du wirst dich doch nicht genieren. Echt wahr, Bletsch? Erinnerst du dich noch an damals in Paris? Wir haben das Hotel drei herrliche Tage lang nicht verlassen. Wie könnte ich sie vergessen? Ich musste ins Krankenhaus, weil ich wundgescheuert war. Küss mich, Bletsch. Bleib mir vom Hals, du schwabbeliger Glibberberg. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie abstoßend du wirkst? Bletsch, nein! Du widerst mich an, zieh dich an! Du bist alt und du bist fett und du riechst scheußlich! Nein! Ich wollte bis nach der Show warten, aber ich kann es dir jetzt schon sagen. Du bist raus aus der Fibelshow, ich brauche dich nicht mehr! Wir werden eine große Serie machen und ich will Cement als Star der Serie haben. Hoffentlich hat es dir heute Abend gefallen, denn das war dein letzter Auftritt. Mach, dass du hier rauskommst! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Und nun jemand, der eigentlich nicht vorgestellt werden muss. Die Muscle. Das ist Harry. Yippie! Nein! Scheiße! Zücken, schnell! Söndet die Mohr rüber! Oh, was soll ich jetzt tun? Das darf doch nicht wahr sein! Sit nicht auf die Bühne! Du musst fünf Minuten Zeit gewinnen! Aber, aber, aber ich kann nicht! Lass dir was einfallen! Improvisiere! Aber ich hab wirklich eine sehr schwache Blase! Sag etwas! Na los, sag etwas! Irgendetwas! Unsere Show läuft dann! Die Show läuft ganz gut, nicht wahr? Ich kann ohne Liebe dich lieben! Ich möchte lieber tot sein! Lieb wohl, Blatch! Wir streichen die Balanciernummer und ziehen die mit dem Messerwerfer vor! Wo zum Teufel steckt Williard? Worum hört mir denn niemand zu? Du bist ja gerade völlig verrückt geworden! Ohne große Worte zu verlieren, bitte ich um herzlichen Applaus für unseren fabelhaften Messerwerfer! Söndet! Oh nein! Du rumpussierende Hurenbock! Seien die Bitte doch nicht vor all diesen Leuten! Was ich zu sagen habe, soll die ganze Welt wissen! Er sieht vielleicht aus wie ein lebenswerter Dickhäuter, aber er ist ein echter Scheißkerl! Das ist ja nicht zu fassen! Also was ich zu eigenases? Deine Frau… DochBlen públic? Ihr kommt doch! Nu... Wöhr! Hallo Sebastian, schön dich zu sehen. Reiß dich zusammen, reiß dich jetzt zusammen, du bist als nächster dran. Ist dir jemals aufgefallen, was für ein wunderschönes Licht dieses Klo hat? Er hat mich benutzt, aber sobald ich schwanger war, kannte er mich nicht mehr. Er hatte seinen Spaß, dann ließ er mich allein mit dem. Papa! Sieh, du, erlauf zu Papa. Papa, Papa! Oh nein, tut mir leid, ich muss weg, der ruft der Natur. Geh, du, lauf weg, wie du das immer machst, du feige Abschau. Oh, Herr Junke, ich habe gewaltig, Festtür, hau mir nicht, Kassanoma, Räscher. Das weißt du, heute ist die Welt so schön und groß. Oh ja, ein guter Haarfestiger, wir tun da bei meinen Fällen. Oh nein, tut mir leid, Jungs. Du sollst immer damit warten, bis wir alle hier raus sind. Tausend Dank, Sitt, in fünf Minuten muss ich auf die Bühne. Lieb wohl, Leben. Ach, da ist es. Ich bitte um Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Lass dich nur nicht stören. Du wirst gleich merken, dass die Waffe noch nicht entsichert ist. Oh, Frisblei, du manns tolle Hure! Ah! Oh Mann, hey, wow, erstaunlich! Du, nicht schießen! Nein! Du Schwein! Dich kriege ich, du Arsch! Oh! Ja! 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 Na, so was! Das wär's! Mir bleibt nichts anderes übrig. Mir ist ganz egal, was Cliff sagt. Wir bringen jetzt mein Lied! Es wird letzten Endes nur meine Hand, die Show zu retten, wie schon so oft. Seid ihr alle bereit? Wie geprobt und los! Und bitte, Herr, ich weiß, dass ich kein braver Hase gewesen bin. Aber wenn du mich wieder gesund machst, dann schwöre ich, dann schwöre ich, dann schwöre ich wirklich, dass ich für den Rest meines Lebens brav sein werde. Ja, bitte. Hallo, Harry. Ich habe gerade deine Testergebnisse bekommen. Und stell dir vor, ich habe mich etwas geirrt. Sie haben sich etwas geirrt? Ja, Harry. Du bist sauber. Du hast nur einen schweren Fall von Hasenpocken. Nimm zwei Aspirin und hüte eine Woche lang das Bett. Ich schicke dir meine Rechnung. Ich bin sauber. Habt ihr das gehört? Ich habe es doch nicht. Ich habe nicht das Schlimmste. Ich habe nicht das... Er wird's doch nicht wagen. Oh nein, bitte nicht. Oh doch, er wagt es, Boss. Nein! Sodomy, you must think it very oddly that I enjoy the act of Sodomy. You might call it off of God on me, but if you try it, then you might agree that you enjoy the act of Sodomy. Don't worry if you feel ashamed, it's been around for years. Thousands more than can be named are interested in reals. Don't worry about hell, no harm will come to your soul. We're not all Pentecostal, but everybody's got an arsehole. Let me tell you about Sodomy. You must think it very odd to me that I enjoy the act of Sodomy. You might call it off of God on me, but if you try it, then you might agree that you enjoy the act of Sodomy. It might just improve your sex in the heart and to follow a thing that fundamentalists find difficult to swallow. So join me as I sing of an activity that's fun. Open up your ring and try it front to bum, 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 bum. Sodomy, you must think it very odd to me that I enjoy the act of Sodomy. You might call it off of God on me, but if you try it, then you might agree Und du wirst all die enden, sohn. Schau dir mich! Trevor? Ja, Boss? Ich möchte, dass diese Stimmungsbremse sofort eliminiert wird. Na! Leg die Waffe auf der Stelle weg, Heidi! Du löst keine Probleme, wenn du alle so umlegst! Oh! 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 Meet the Feebles! Meet the Feebles! We're not your average! Ordinary people! Meet the Feebles! Meet the Feebles! Was ist das? Ja! Nein! Nein! Oh, nein! Ach du Scheiße! Oh, bitte nein! Nein! Oh, nein! No! Oh, meine Feebles! Oh! Oh, meine Feebles! Oh, meine Feebles! Oh, meine Feebles. No, Simo, Simo, ich komme, ich komme, ich komme. Papa! Da ist Papa! Da ist Papa! Sie... Papa! Sie... Sie... Es ist mir egal, was du getan hast, Lucille Ich liebe dich so unbeschreiblich Und ich möchte, dass wir beide heiraten Oh, Robert, ich liebe dich auch Ich war dir nie untreu, es war alles nur Trevor Er hat was in mein Getränk getan und wollte mich vergewaltigen Diese dreckige Ratte Halt! Heidi! Leg die Waffe weg! Heidi, was hast du getan? Ich liebe dich immer noch Oh, Blätter So Knall sie ab, Trevor! Ist mir ein Vergnügen, Boss Du Dreckskerl! Was? Ach, du Scheiße! Ach, Miss Heidi Ich weiß, dass Sie ein großer Star sind und so weiter Aber ich fürchte, ich muss Sie der Polizei übergeben Kannst du mir einen letzten Gefallen tun, Arthur? Was Sie wollen, Miss Heidi? Spiel den Garten der Liebe On a magic night When the way you feel Is a mystery It will be revealed Could be an angel From up above With a flower From the garden A garden A garden of love 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Garden of Love 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 Untertitelung des ZDF, 2020